Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Raven Remastered, Leute. Letztes Mal, da haben wir die Kabine von der Baronin untersucht und haben einige interessante Sachen gefunden. Und ich möchte mal eben gucken, ob wir von hier irgendwie sehen könnten, die Bullaugen von der Baronin, von dem Zimmer. Ob die von außen irgendwelche Spuren aufweisen, aber anscheinend können wir uns das nicht angucken. Schade Schokolade, ist ein bisschen traurig, da müssen wir halt wieder ins Schiff gehen und jetzt halt runter und dem Legrand ein paar Hinweise hier berichten, was wir so gefunden haben. Betrachte die Fälle, ah, guck mal, sie bewegen sich. Wir haben Glück, dass die Lydia über eine gut ausgerüstete Krankenstation verfügt. Ich vermute, dass sie im Krieg eingebaut wurde. Normalerweise hätte ein Schiff dieser Größe keine voll ausgestattete Krankenstation. Ja, dann, äh, ist eine Tatsache, ne, würde ich jetzt, äh, auch so hier behaupten. Ich muss ganz kurz hier, äh, wartet. Okay, ich musste eben, ich hab so einen Tick, meine Post-Its, ich hab so Post-Its neben mir. Und die müssen alle immer gleich, äh, die gleiche Breite schon länger da, also, ne, ganz glatt aufeinander liegen. Der Gebhard hat die Tür abgeschlossen. Ja, sonst krieg ich einen Anfall. Und solange es keinen wirklich triftigen Grund gibt, werde ich ihn nicht wecken. Etwas sagt mir, dass er da keinen Spaß versteht. Doch, weck ihn einfach, mach einfach, ist egal. Nein, dann müssen wir halt Legrands Kabine jetzt betreten. Und jetzt haben wir ja schon ein paar Sachen erfahren. Herein! Herein! Ich bin Legrand, ich bin der Franzose, oui, oui. Baguette, Jeannette, Eiffel, Latour, Eiffel und sowas. Okay, Legrand. Oh, ich hab Neuigkeiten für sie. So, also, guck mal, ganz viel. Wegen des Schlafmittels. Wer hat Ihnen das Glas gegeben? Es war Kapitän Diconti. Sicher? Er streitet es nicht ab. Er sagt allerdings auch, dass die Gläser an diesem Abend durch eine Menge Hände gegangen sind und jeder freien Zugang zum Champagner hatte. Also hätte es jeder sein können. Vielleicht ist die Frage nicht, wer das Gift ins Glas getan hat, sondern wer vergiftet werden sollte. Kluger Mann. Und wer sollte vergiftet werden? Dr. Gephardt. Von ihm hatte der Kapitän das Glas. Hm, ein betäubter Schiffsarzt. Das klingt für den Mörder nach einem größeren Nutzen als ein betäubter Wachtmeister. Oh, Herr. Musste der Mörder davon ausgehen, dass ein Schuss das Opfer nicht sofort töten und Dr. Gephardt es in einer Notoperation retten würde? Sie haben recht, das ist unwahrscheinlich. Mein Ego sucht nur nach Erklärungen, warum man Sie ausschalten wollte und nicht. Das reizt an seinem Ego hier immer. Ich habe Daunen in der Kabine der Baronin gefunden. So? Ja. Sie waren in einer Vase neben der Tür. Ich hoffe, für Sie da folgt noch eine Information, die die Unterbrechung meiner Arbeit rechtfertigt. Einige der Daunen sind an der Spitze angesenkt. Hm. Zeigen Sie mal her. Tja, das könnte wirklich etwas bedeuten. Ich habe mir gedacht, dass vielleicht jemand einen Schuss durch ein Kissen oder so etwas abgefeuert hat und dass das Mündungsfeuer die Daunen versenkte. Ja, möglich. Versuchen Sie, das Kissen zu finden, dann sehen wir weiter. In der Vase ist das locker. Das ist locker in der Vase, Leute. Die müssen wir kaputt machen. Ich habe mir den Blutfleck auf dem Bett der Baronin einmal genauer angesehen. Ja, was ist damit? Er sieht seltsam aus. Seltsam? Ich glaube, er müsste dunkler sein. Verstehe. Das Eisen im Blut lässt es dunkler werden, je länger es der Luft ausgesetzt ist. Richtig. Und, äh... Wir sollten damit keine Zeit vergeuden. Dr. Gebhardt hat die Leiche gründlich untersucht. Ihm wäre aufgefallen, wenn etwas nicht gestimmt hätte. Und Sie vertrauen Dr. Gebhardt uneingeschränkt? Ich traue jedem, soweit wie es angebracht ist. In Kairo wird noch eine vollständige Obduktion gemacht werden. Bis dahin ist der Doktor einer der wenigen Unverdächtigen an Bord. Sie, er, der blinde Passagier, Constable Oliver und ich geben uns gegenseitig Alibis. Bleiben noch genügend Verdächtige übrig. Ja, das ist mal eine Tatsache hier. Da gebe ich auf jeden Fall recht. Ich konnte auf dem Schreibblock der Baronin eine Notiz sichtbar machen. Die Baronin behauptet, ein Mörder sei an Bord des Schiffs und sie könne ihn entlarven. Sie bittet den Empfänger, um 10 Uhr abends im Salon zu sein. Wenn wir den Empfänger ermitteln könnten. Ich war der Empfänger. Monsieur? Als ich gestern Abend in meine Kabine kam, habe ich die Nachricht auf dem Boden gefunden. Jemand muss sie unter der Tür hindurchgeschoben haben. Warum haben Sie mir davon nichts erzählt? Wusste nicht, dass ich dazu verpflichtet bin. Wir sind Partner. Nun wirklich nicht. Sie helfen mir aus, bis wir in Kairo sind, weil Sie es irgendwie geschafft haben an Bord. Aber ich teile meine Informationen, wann ich will und mit wem ich will. Sie können das akzeptieren und mir weiterhin helfen oder Sie können den Rest der Fahrt auf einer Sonnenliege verbringen und über die vergebene Chance nachdenken. Und das Ganze hat nicht zufällig etwas damit zu tun, dass die Nachricht nicht in Ihre schöne kleine Rabentheorie passt. Die Baronin kannte den Mörder von früher. Und er war schon ein Mörder, als er das Schiff bestieg. Der Rabe war immer nur ein Dieb, kein Mörder. Vorsicht, Herr Wachtmeister. Werfen Sie mir einseitige Ermittlungen vor? Natürlich nicht, Monsieur. Dann kann es ja weitergehen. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Ich melde mich, wenn ich weitere Hinweise gefunden habe. In Ordnung. Ja, weißt du, der will hier nur nicht zugeben, dass ich schlauer bin, als er. Hören wir. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen, ne? Also, Nachricht der Baronin Tonbandspule. Können wir das verbinden? Ne, können wir nicht. Da kommen wir nicht rein, okay. Müssen wir ganz kurz einen Cut machen. So, hör mal, da bin ich wieder. So, also wir müssen, glaube ich, jetzt weiter Beweise finden. Ich glaube, das war das. Die Pause war ein bisschen, ein bisschen länger. Ne? Und so. Aber ich würde gerne nochmal in den Salon reingehen. Und nochmal schauen, ob uns jemand was zu den Sachen sagen kann, die wir gefunden haben. Ne. Vielleicht sagt sie so uns aber noch was. Ich sollte Ihre Zeit erst wieder in Anspruch nehmen. Ihr Verstand könnte sich in diesem Fall als scharfe Klinge herausstellen. Ja, bin ich auch für. Will ich nicht durch übermäßigen Gebrauch abstumpfen. Können wir mit dir noch reden, Diconti? Jo, anscheinend schon. Kapitän Diconti hätte sicherlich nichts gegen... Okay, ja, dann müssen wir erstmal wieder zurück in die Kabine gehen. Und irgendwie diese Vase schrotten. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht gibt es ja jetzt schon was Neues hier drinnen. So eine Möwe, die reingeflogen ist oder so. Dann mach jetzt die Vase kaputt. Gut möglich, dass ich im Bauch der Vase etwas befinde. Aber wie? Wir können ja nichts machen. Nichts. Was ist hier? Ich gehe davon aus, dass unser blinder Passagier, was immer seine Geschichte ist, er ist zumindest kein Dieb. In meinem Portemonnaie fehlt nichts. Okay. Ah, vielleicht können wir dem Robert, also dem Constable, ja etwas geben von den Sachen, die wir haben und ihn damit so ablenken oder so. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, irgendwie. So ein bisschen, so ganz dezent. Wo gehe ich denn hin? Ach, hier war ich ja noch gar nicht. Hier befanden wir uns gestern, als wir den Schuss gehört haben. Und hier hat Le Grand auch unseren blinden Passagier gestellt. Geil! Guck mal, ich habe was Neues gefunden. Ich bin mega gut hier immer. Die Brücke des Schiffs. Zwei Männer sind zu sehen. Der eine steuert das Schiff. Ich habe den Eindruck, die Offiziere kümmern sich um die eigentliche Arbeit an Bord. Der Kapitän scheint sich im Wesentlichen auf die Gäste und auf die Bar zu konzentrieren. Ist ja auch wichtig, ne? Ich meine, was zu trinken ist ja immer wichtig. So ein Rettungsboot wäre potenziell auch ein gutes Versteck für einen blinden Passagier. Potenziell schon, ne? Nicht so aufwendig verzurrt werden, damit niemand sie aus dem Inneren eines Bootes wieder in Form bringen kann, nachdem er hineingestiegen ist. So sieht man auf den ersten Blick, dass bei diesem Boot alles in Ordnung ist. Noch ist ja alles in Ordnung. Ich lasse die Herren lieber ihre Arbeit machen. Hätte einer von ihnen gestern etwas beobachtet, hätte er sicherlich schon Legrand oder den Kapitän informiert. Bist du dir da so sicher, Zellner? Ich bin mir ja nicht so sicher, ne? Guck mal. Das Deck hier oben ist kein Panoramadeck für die Besucher. Hier oben gibt es Rohre, Stahlseile, Ketten. Man kann den Qualm aus dem Schornstein riechen. Lecker! Ich habe keine Ahnung, wie genau das Schiff funktioniert. Und es interessiert mich auch nicht weiter, solange es schwimmt. Super. Das Gitter dürfte Teil der Belüftungsanlage des Schiffes sein. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Naja, das hier, das dreht sich nicht. Und das dreht sich. Das heißt, dass diese Lüftung vielleicht im Zimmer der Baronin ist und da dann keine neue frische Luft reinkam. Und deshalb der Blutfleck noch so hell ist. Offensichtlich sollte dieses Gitter nicht so einfach zu öffnen sein. Hat der blinde Passagier es geöffnet? Und wir haben ihn dabei erwischt? Hm. Nee. Das Rohr ist zu eng. Er würde da nicht reinpassen. Vermutlich ist die Abdeckung schon länger defekt. Oder ist meine Theorie jetzt so krass hier irgendwie? Ich finde meine Theorie eigentlich ganz schön... Ich könnte den Kapitän informieren, dass das Gitter instand gesetzt werden muss. Fange ich aber erst an, Mängel auf dem Schiff zu melden, müsste ich die Morduntersuchung wohl auf Eis legen. Weil da so viele sind oder was? Dann werden wir mal ein bisschen weiter gehen. Oder das war es schon hier oder wie? Das war es schon noch nicht, ne? Doch, hier war irgendwas noch. Betrachte die Axt... Yo! Axtmörder an Bord oder was? Warum hängt denn eine Axt hier? Hm. Vielleicht werden damit irgendwelche Seile gekappt, wenn bei der Wasserung der Rettungsboote etwas schief geht. Oder damit wird geregelt, wer ins Boot darf und wer nicht. Auf jeden Fall. Wäre schon ein bisschen krass, ne? Irgendwas war hier noch. Ich habe irgendwas hier noch gesehen. Hallo? Ach, die Ecke. Nimm den Unrat gesammelt. Einige braune Blätter oder so etwas. Unten, wo die Passagiere sind, ist das Schiff recht sauber. Aber hier oben nimmt es die Crew wohl nicht so genau. Nimm den Unrat mit hier, hör mal. Zellner. Geh hin und... Als ob das jetzt alles war. Das ist ja nichts, was uns hier weiter geholfen hat. Irgendwas muss hier doch noch sein. Ich gehe alles ab und... Nee, als ob hier nichts mehr ist. Ein bisschen enttäuschend ist er ja schon, ne? Hm, schade. So, Constable. Nee, anscheinend nicht. Es sieht zwar nicht so aus, aber Constable Oliver ist tatsächlich... eine recht effektive Wache. Auf jeden Fall ist er eine effektive Wache. Also irgendwie kann ich hier nichts machen. Ach, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Daran sieht man, dass er nicht zum ersten Mal etwas bewacht. Nimm mit. Die Flasche dürfte mit Wasser gefüllt sein. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Constable... ein heimliches Alkoholproblem hat. Ich werde das nicht überprüfen können. Ich komme nicht an die Flasche ran, ohne dass er etwas merkt. Er... Die Flasche dürfte... Ich werde... Toll. Also irgendwie können wir hier nichts... Er wird mich nichts... Er hält viel zu... Wenn ich in den Fracht... Musst du ihn loswerden. Ja, dann erwürgt den doch damit oder so. Stopft den das in den Mund oder... Ich gehe davon aus... Was immer... Ich gehe... Keine Ahnung, was sie machen müssen. Ich habe echt null Ahnung gerade. Ne, hier ist ja auch nichts. Also kratsch dich ein bisschen auf dem Schlauch hier, Leute. Das erste Mal so richtig, oder? Oder war mit dem Zug auch mal so, dass wir gar nicht mehr weiter wussten? Ne, dann gehen wir mal hoch. Hm. Wir treten den Salon. Aha. Ach, hier sind die Augen, ne? Hier sind zwei Sachen. Guck mal, hier sind noch einmal so eine Lupe. Und nochmal eine Lupe. Aber beide sind das gleiche, oder wie? Oder das Spiel ist einfach verbuggt und ich kann nicht weiterspielen. Das kann ich mir auch vorstellen. Das wäre ja ein bisschen traurig jetzt, ne? Ist aber auch nicht mehr... Ich sollte ihre... Ihr vers... Lady West Bekott scheint eine Frühaufsteherin zu sein. Vielleicht aber auch nur, wenn Morde in ihrer Umgebung passieren. Ich habe im Zug das Funkeln in ihren Augen gesehen. Sie... Vielleicht können wir ihn ja noch jetzt dazu befragen, zu dem Müll oben. Weil Müll ist ja gar nicht so toll. Kapitän, die Konti sitzt schon wieder an der Bar. Er war es auch, der mir gestern... Okay. Kapitän, die Konti... Hm. Schade, Schokolade. Also nichts hilft uns hier irgendwie weiter. Und hier ist nur das. Also ich finde schon, dass ich sehr gründlich hier bin. Aber anscheinend... Nicht zu gründlich. Ups, was? Der Tod seiner Herren scheint Butler-Inch nicht sonderlich nahe zu gehen. Er macht sie vor allem Sorgen über seine eigene Zukunft. Hm. Vielleicht... Nee. Irgendwo muss hier doch noch was sein, oder nicht? Irgendwas... Muss ich übersehen haben. But the question is... What have I übersehen? Have I übersehen? Auf jeden Fall. Am besten störe ich ihn nur, wenn ich etwas Neues herausge... Ja, aber kann ich nicht irgendwie so ein... Ich weiß nicht, so ein Dings mitnehmen, so ein Proben-Zeug, womit ich Proben nehmen kann? Hm. Im Blumentopf sind kleine Steinchen. Ah. Nicht nur, dass die Pflanze ohne Sonnenlicht wachsen soll. Man hat ja auch noch die Erde genommen. Vielleicht ist ja unten Erde oder sowas. So ein bisschen... In dem Steinchen. Was soll ich mit Steinchen? Die Vase kaputt machen. Boah, voll die gute Idee. Obwohl... Früher oder später? Nimm noch mehr. Hm, schade. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall hoch und werden diese Vase zerschlagen bis zum Gehtnichtmehr. Hör mal. Hoffentlich. Ich hoffe, das funktioniert mit den Steinen jetzt, dass wir die da so gegen die Vase schlagen. Wir müssten das ja dann hören, ne? Wenn wir so einen Stein da reinfallen lassen, ob das auf die Vase fällt oder... Ach toll. Ist das, dass das funktioniert? Gut möglich, dass ich im... Wir müssen mich verarschen. Nicht, dass das funktioniert. Hä, wofür habe ich denn jetzt die Steine? Das macht mich gerade ein bisschen wütend, ne? Wenn ich ehrlich bin. Hm. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Ich bin, glaube ich, einfach... Au, 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 au. Vielleicht kann ich den Constable mit dem Stein weglocken. Das ist noch eine Idee, die ich jetzt irgendwie... Aber ich muss überlegen, wie... Auf ihn draufwerfen ist wahrscheinlich doof, die Idee. Vielleicht ja von hier oben so runterwerfen oder so. Das wäre doch mal ne Idee, oder nicht? So auf ihn drauf oder so. Dann schläft der Gans. Aber hier ist ja nichts... Ne, hier können wir nur wieder runtergehen. So ne Kacke aber auch. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Warum kann ich denn nix hier kombinieren? Das ist ja voll der Scheiß. Et geht nicht. Ich dachte, ich kann ihn so ablenken oder so. Ein bisschen verarscht komme ich mir ja schon wirklich vor als immer mehr, ne? Hier gibt's ja nix, was ich machen kann. Nix. Nix, nix, nix. Oder ich bin einfach dumm. Dann sammle ich Stein und das hilft mir auch nicht weiter. Ja, super, hör mal. Ist ja voll der Kack. Ich sollte dringend mit aufwählen. Und was könnte die zwei, wenn ich ihn entfrag? Er wird mich nicht... Hm. War da noch irgendwas? Warte mal. Ne, die Wasserflasche war da nur... Ich muss was übersehen haben, Leute. Aber ich weiß nicht, was ich übersehen habe. Vorderdeck. Oberdeck, Treppe hinauf. Geh ins Schiff. Hinterdeck. Aber da ist ja auch nichts. Oder kann ich hier irgendwie schon so... ...diese Augen so beobachten? Kann ich nicht mal noch so einen Alarm anmachen oder so? Dann ist da vielleicht auch abgelenkt, der... ...Konstable hier... ...und hier ist ja auch nur das eine da. Betritt den Salon. Hier sind die beiden. Die bringen mich auch nicht weiter. Mit den Steinen kann ich nichts anfangen, ne? Nö. Also irgendwie komme ich mir leicht verarscht vor in diesem Spiel. Weil... ...ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe doch alles... ...gemacht... ...was man machen kann. ...oder nicht. Hm. Also... Ah, vielleicht. Nö. Hä? Check ich echt nicht, Leute. Ich check's nicht. Am besten... ... ... ... ... ... Ja, gut. Schlag doch die Scheibe ein, oder? Kleine glatte... Ah, warte mal. ...kleine glatte Steinchen. Vermutlich lassen sich die auf einem Schiff besser handhaben als richtige Erde. Kleine glatte Steinchen. Die Spule der Marke... ...das dazugehörige Tonband und die Originalspule... ...sind verschwunden. Hä? Verstehe ich trotzdem nicht. Hilft mir jetzt auch nicht weiter besonders. Ich kann ja mit den ganzen Sachen, die ich im Inventar habe, nix machen. Und das Zimmer, das bringt mich auch nicht weiter so richtig. Kann ich Steine gegen die Scheibe werfen, oder wat? Irgendwas muss ich doch hier machen können. Aber hier gibt's einfach nichts zu machen. Kann ich das nicht abhören, oder sonst? Ich check es echt nicht. Naja, aber... Ich, ähm... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht... ...muss ich noch ein bisschen rumgucken. Und sonst gucke ich mir mal im Internet an, was da vielleicht steht. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.